Die DHV News vom 12. November 2021. Scholz grinst schlumpfig über Steuereinnahmen nach Legalisierung. Apotheker beanspruchen Kifferumsatz für sich. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir haben gerade 199.000 Abos auf diesem Kanal. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr könnt jetzt die stolzen Typen sein, die uns über die 200 schießen. Vielleicht schafft man das bis nächste Woche. Wäre großartig. Also abonnieren jetzt und am besten gleich noch die Glocke drücken. Wie angekündigt, haben am Montag die Koalitionäre über Drogenpolitik verhandelt. Die Fachpolitiker, nicht die ganz Großen, nicht die, wo die Presse dabei ist, sondern nur die Leute, die Ahnung haben vom Thema. Und das ist tatsächlich so gewesen wie angekündigt. Auch wenn viele dann gleich wieder gesagt haben, ja wie? Wir hören ja gar nichts von den Ergebnissen. Hast du wieder Quatsch erzählt? Die haben gar nicht darüber geredet. Ja, aber sie haben halt wie immer die ganze Zeit jetzt gerade heimlich geredet. Also secret, top secret, geheim. Und niemand hat was erfahren, tatsächlich. Was schade ist für diese Sendung. Ja, ich kann euch jetzt gar nicht den großen Durchbruch präsentieren, aber ein paar Hinweise geben vielleicht. Wir haben jedenfalls nichts gehört. Und das geht eben allen Journalisten so, allen Lobbyisten, die jetzt gerade fürchterlich versuchen da irgendwie die Informationen aus den Politikern rauszuquetschen. Aber die halten ganz gut dicht. Für diesen Termin haben wir aber nochmal ein paar kleine Aktionen gestartet. Habe ich ja hier angekündigt. Letzte Woche genau genommen zwei kleine Aktionen. Das eine war unser Tweetstorm auf Twitter. Da haben wir noch einmal, nachdem das ja vorher die Woche auch schon ein paar Mal richtig super geklappt hat, die ganze Woche im Prinzip mal die Twitter Trends gerockt. Ja, gewullt. Und jetzt haben wir es nochmal gemacht am Sonntag und am Montag 16.20 Uhr bis 16.20 Uhr. Genau bis in die Zeit rein, wo die verhandeln und den Sonntag davor. Dass Sie auch sehen hier, die Forderung ist nochmal in Trends. Und zwar diesmal Hashtag Legalisierung jetzt. Weil es geht ja letztendlich um die Frage, kommt die Legalisierung oder kommen Modellprojekte? Wir wollen Legalisierung jetzt vorbei an den Modellprojekten. Und das war ein großartiger Erfolg. Diesmal mit dem Legalisierung jetzt haben wir 183.743 Tweets gehabt. Von Sonntag 16.00 Uhr bis Montag 16.00 Uhr. Und das ist schon eine enorme Zahl. Wir haben also stabil auf Platz 1 gelegen bei den Twitter Trends. Und zumindest für Cannabis Trends war das auch ein Rekord in Deutschland. Ja, so weit kann man es glaube ich sagen. Aber richtige Daten haben wir noch nicht gefunden. Ob das vielleicht sowieso ein deutscher Twitter Rekord war. Ja, keine Ahnung. Falls da irgendwie jemand fürchterlich Bescheid weiß, schreibt uns das mal. Ob wir noch mehr Rekord geschafft haben mit 183.743 Tweets. Und deutlich kleiner war die Demo tatsächlich die physische am Montag. Kleiner war vorhin direkt vor der SPD-Zentrale. Während der Verhandlungen, während drinnen also über Cannabispolitik geredet wurde, standen wir vor der Tür. Und haben nochmal Legalisierung jetzt auch da gefordert. Und dazu gibt es auch ein Video des DHV. Das ist in unseren anderen Social Media Kanälen gelaufen. Facebook, Insta und so. Und nicht hier im YouTube-Kanal. Das findet ihr nicht in der Upload-Liste hier. Sondern da müsst ihr dahin gucken. Link ist gesetzt in der Videobeschreibung. Einen kleinen Ausschnitt davon zeigen wir euch jetzt. Musik Ja, es gibt noch mehr Videos zu dieser Demo. Eins davon habe ich euch nochmal verlinkt. Das von der Micha. Da komme ich auch drin vor. Ja, sehe ich auch ein bisschen ungewöhnlich aus. Es ist kein Jackett, was ich da anhabe. Und jetzt geht es weiter. Die nächste Aktion steht schon wieder an. Nächsten Dienstag. Die vielleicht auch nochmal Einfluss nehmen könnte auf die ganze Geschichte da. Auf die Verhandlungen. Nämlich die Aktualisierung unserer Haukapp-Studie. Wird dann bekannt gegeben. Viele von euch, die Veteranen-Zuschauer, wissen, dass wir mal einen Studienauftrag gegeben haben. Beim Ökonomie-Professor Justus Haukapp. Der uns die Kosten der Cannabis-Prohibition ausgerechnet hat. Zum ersten Mal in Deutschland. Nämlich konkret die entgangenen Steuereinnahmen, die man haben könnte, wenn Cannabis legal wäre. Und die Kosten der Repressionsdurchsetzung der Prohibition. Insbesondere bei der Polizei. Hat er da berechnet. Ist auf 2,7 Milliarden Euro gekommen pro Jahr. Die man halt hätte in der Staatskasse. Wenn man legalisieren würde. Und das wird jetzt aktualisiert. Ich kenne die Zahlen selber noch gar nicht. Ich bin selbst gespannt. Neue Daten gibt es zum Beispiel zu den Konsumenten. Zahl der Konsumenten hat sich verändert. Und es gibt diesmal jetzt auch das Kapitel Justiz mit dabei. Das war beim letzten Mal komplett ausgeklammert. Da gab es noch nicht genug Informationen. Jetzt haben wir die. Die Zahl wird also eher höher. Da können sich die Koalitionäre über noch mehr freuen. Und im besten Fall interessieren sich auch Medien dafür. Bis jetzt ist das immer gut gelaufen. Dieses Haukapp Finanzthema. Hoffentlich auch diesmal. Weil dann könnte es nochmal einen Impuls in die Verhandlungen reinsetzen. Denn was auch immer jetzt bisher verhandelt worden ist. Irgendwas steht schon auf dem Papier. Vielleicht auch eine Einlegung. Ja, aber richtig sicher ist das erst, wenn der Koa-Vertrag steht und verabschiedet ist und so weiter. Dann ist erstmal die Agenda für die nächsten vier Jahre. Bis dahin kann ein bisschen Schub nach wie vor nicht schaden. Und eben auch das Geld. Ja, ihr wisst ja, die verhandeln da gerade drüber, ob jetzt für die großen Projekte, die gemacht werden sollen, Schulden gemacht werden. Ja, oder wie es überhaupt alles finanziert werden soll. Da sind die sich überhaupt nicht einig. Und wenn dann doch mal ein bisschen zusätzliches Geld in die Kasse reinkommt. Ja, die einzige zusätzliche Steuer, die die FDP akzeptiert wahrscheinlich. Und auch die einzigen zu Besteuernden, die gerne besteuert werden wollen endlich. Und dafür vernünftige Fachgeschäfte mit sauberem Zeug haben. Das könnte nochmal ein guter Impuls sein. Und der geplante Kanzler Scholz ist ja immerhin der bisherige Bundesfinanzminister. Ja, der kann also damit bald anfangen mit dem Argument. Und ich denke, damit können wir ihn packen. Das versteht der Olaf. Wir wissen also nicht, was rausgekommen ist. Ja, wir haben so ein paar Hinweise dazu. Ich komme gleich nochmal zum Olaf mit seinen Finanzen. Aber erstmal gibt es noch was anderes, was Hoffnung macht an kleinen Hinweisen und Impulsen. Ja, wo man nicht weiß, ist da jetzt was dran oder nicht. Nochmal für die neuen Zuschauer. Es geht jetzt im Wesentlichen um die Frage, ob Cannabis jetzt sofort legalisiert wird. Also muss natürlich erst ein Gesetz ausdiskutiert und verabschiedet werden. Aber eben gleich. Ja, Grüne und FDP haben die Position, dass das jetzt halt passieren soll. Die SPD will erstmal Modellprojekte machen. Was erstmal alleine ein paar Jahre dauern würde und danach erst legalisieren. Das ist das, worum es im Wesentlichen geht. Ja, die größte Frage, die die jetzt da gerade drogenpolitisch zu klären haben. Und da gab es Hinweise, interessanterweise aus der internationalen Presse, genau genommen von Bloomberg. Die haben mit Berufung auf Insiderkreise gemeint, dass man jetzt die Legalisierung verabredet hat und nur noch über Details redet, wie das genau funktionieren soll. In einem Bloomberg-Artikel werde ich netterweise auch zitiert mit der Umfrage, die wir letztens veröffentlicht haben. Ja, erstmals Mehrheit für Legalisierung, Bloomberg hat es aufgenommen, deutsche Medien kaum, warum auch immer. Bloomberg fand es interessant genug. Und das hat dann die dpa aufgegriffen, dass es laut Insiderkreisen da eine Einigung geben soll. Und dann zitieren kann ich jetzt aus der Neuen Züricher Zeitung, die das wiederum aufgreift. Die Parteien, die Deutschlands nächste Regierungskoalition bilden wollen, nähern sich einer Einigung zur Legalisierung von Cannabis für den privaten Gebrauch. Die Unterhändler der Sozialdemokraten, der Grünen und der Freien Demokraten feilen derzeit an Details und Bedingungen, unter denen der Verkauf und die Verwendung von Cannabis für den Freizeitgebrauch erlaubt und reguliert werden sollen. Dies erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Verhandlungskreisen am Mittwoch. Also Verkauf, ja, das ist das wichtigste Stichwort dabei, weil auch Journalisten verwechseln oft auch mal Legalisierung und Entkriminalisierung. Auch das ist ja Teil der Debatte. Die SPD will eben diese Entkriminalisierung und nicht sofort den Handel legalisieren. Aber hier ist eindeutig von Handel die Rede. Ja, und wenn da nicht irgendwelche Leute fürchterlich alles verwechselt und durcheinander gerührt haben, klingt das schon mal gut soweit. Tja, auch wenn es natürlich ein Gerücht und eine Presseente sein kann, ist auch von keiner deutschen Zeitung aufgegriffen worden. Ich nehme an, da haben viele jetzt nochmal versucht, Informationen rauszukitzeln aus den gut unterrichteten Kreisen, ja, aus den Politikern. Und die haben sich alle die Zähne ausgebissen, sonst hätten die auch noch alle was geschrieben, die deutschen Medien. Jetzt gibt es aber noch einen Hinweis, dass das in die richtige Richtung gehen könnte. Und das kommt mal wieder von Thilo Jung und von der Bundespressekonferenz. Da löchert er ja immer die Politiker mit unter anderem Cannabis-Fragen. Und er hat Olaf Scholz gefragt, in welcher Höhe denn mit Steuereinnahmen gerechnet wird nach der Legalisierung. Ist natürlich eine Fangfrage. Eigentlich wollte er wissen, wird jetzt Cannabis legalisiert oder nicht? Aber da war ja klar, darauf wird Scholz nicht antworten, genau wie alle anderen auch das Geheimhalten. Und bei Modellprojekten wird es ja gar keine Steuereinnahmen geben, ja, wenn sie das vereinbart hätten. Und das wird eher zusätzlich kosten, aber kein Geld reinbringen. Und hier zeigen wir euch mal die Antwort von Olaf Scholz dazu. Herr Scholz, ist schon absehbar für Sie, was eine Cannabis-Steuer einbringen kann? Es gibt da verschiedene Schätzungen. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil wir ja Schätzungen über ein Aufkommen vornehmen, wo wir den Konsum ja gar nicht kennen, sondern nur vermuten können. Weil er ja bisher nicht legal stattfindet, dass selbst sich hier der Registrierung bei uns entzogen hat. Ja, soweit so gut, ja. Ihr habt es gesehen, dieses Gesicht, ja, von Olaf Scholz. Thilo Jung selber interpretiert das ziemlich forsch. Ich zitiere mal Twitter. Olaf Scholz hat heute indirekt die kommende Legalisierung von Marihuana bestätigt. Ja, sagt er da ganz forsch. Eben hat er in diese Aussage rein interpretiert von Scholz. Aber ich denke, so sicher kann man sich nicht sein. Aber er hätte andererseits so geantwortet, mit so einem Gesicht und so einem Grinsen irgendwie, wenn nicht tatsächlich die Legalisierung käme. Ja, wenn er jetzt irgendwie abwiegeln müsste, sieht irgendwie tatsächlich nicht wirklich so aus. Und da wir alle ja nur spekulieren, die Medien seit Monaten jetzt drüber spekulieren, ob Cannabis legalisiert wird oder nicht, ja, dann können wir jetzt auch vor lauter Spannung und Nichtinformationen stundenlang über das Gesicht von Olaf Scholz diskutieren, das Interpretieren, also los, ja, in die Kommentarspalten. Wie interpretiert ihr dieses schlumpfige Grinsen von Olaf Scholz? Kommt die Legalisierung oder nicht? Lest es in seinem Gesicht. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft. Und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de Slash unterstützen. Link in der Infobox. Und nicht nur die Presse und wir spekulieren munter weiter drauf los, sondern auch die Apotheken. Das wurde ja aus orterer Langeweile, Mangelsinformationen jetzt alles mal ausgespielt. Wer könnte denn alles Cannabis verkaufen und so? Ob Apotheken überhaupt bei den ganzen Verhandlungen eine Rolle spielen oder nicht, weiß ja auch kein Mensch. Ja, aber man kann ja mal drüber schreiben und drüber reden, wenn man sonst nichts zu tun hat. Und ja, die Presse war da hinterher, hat ein paar Apotheker gefragt und Apothekerverbände und die Apotheker selber haben sich teilweise zu Wort gemeldet. Und es gibt jetzt Äußerungen des Verbandes der Cannabis vertreibenden Apotheken. Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Dann gibt es auch eine Pressemitteilung von einer Berliner Bezirksapotheke, die einfach für sich selber irgendwie eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Und ja, ein Statement, eine Interview mit der Chefin des normalen Apotheker-Dachverbands. Und die sind sich alle daran einig, dass die Apotheken den Verkauf von Cannabis komplett übernehmen sollten. Ja, alles andere ist viel zu unsicher. Ja, oder die müssen auch unbedingt das selber machen. Die Bezirksapotheke, die hat immer noch gesagt, ja, es müsste eigentlich Extra-Stores geben. Ja, so abgegrenzte Shops vom normalen Apothekenbetrieb unabhängig. Ja, weil auch die haben gesagt, auf jeden Fall müssen halt Apotheker sein, die Zeug verkaufen ja nicht einfach irgendwelche Leute, die Ahnung vom Konsum haben da, ja, sondern es muss richtige medizinische Beratung da an den Start, meinen die alle. Und die Stellungnahme dieses Dachverbands, die bringe ich euch mal ein bisschen intensiver her, ja. In der Bundesapothekerordnung ist festgelegt, dass wir die Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgen und damit der Gesundheit des einzelnen Menschen und der des gesamten Volkes dienen. Wie kann ich aber der Gesundheit des Volkes dienen, wenn ich ein Genussmittel abgebe, das Suchtpotenzial hat, die zu Kontrollverlust führen oder Psychosen auslösen kann? Aus gutem Grund gibt es in Apotheken keinen Schnaps oder Zigaretten. Aus rein pharmazeutischer Sicht sollte es dort jenseits medizinischer Indikationen auch kein Cannabis geben. Ja, jetzt wundert ihr euch alle, ja, das ist doch kein Statement irgendwie für Verkauf von Cannabis in Apotheken, das ist voll dagegen, ja. Die Frau beschreibt da im Prinzip den Konflikt, den die Apotheken ja selber auch sehen, ja. Und viele Apotheker, da gab es eine Umfrage letztens drum, eigentlich zwei Drittel sehen eigentlich nicht unbedingt jetzt da automatisch die Aufgabe von Apotheken. Und da hat sie auch vollkommen recht, ja, da brauchen wir nur einmal kurz auf Wikipedia zu gucken, um das ein bisschen einfacher noch auszudrücken. Da steht, als Apotheke wird ein Ort bezeichnet, an dem Arzneimittel und Medizinprodukte abgegeben, geprüft und hergestellt werden. Jetzt natürlich Cannabis als Genussmittel für stinknormale Hof- und Wiesen, Wald- und Wiesenkiffer jetzt nicht unbedingt ein Arzneimittel. Die sind auch nicht krank, die Leute, haben überhaupt keine Beschwerden, die wollen einfach nur sich entspannen oder ein bisschen rumspacen, ja. Ja, haben da eigentlich nichts verloren. Und auch bei Nebenprodukten, ja, die verkaufen sich nur Medizin, aber auch die Nebenprodukte haben normalerweise alle irgendwas mit Gesundheitsförderung zu tun. Das ist die Bestimmung der Apotheken, dass deren Auftrag Medizin zu verkaufen und deren Selbstverständnis, ja. Und dass da ein Konflikt ist, ist offensichtlich irgendwie und sehen die auch selber so. Aber dann, wenn es denn zur Legalisierung kommt, sagen die, ja, dann müssen sie es halt machen, ja. Wenn sie gebeten werden von der Politik, weil sie haben ja Tresore, wo dann irgendwie das Cannabis aufbewahrt werden kann. Und sie können ja auch beraten zu pharmakologischen Mitteln, ja. Und dann ist es natürlich am Ende doch besser, wenn das die Apotheken selber machen. Und das zitiert sie dann quasi so, um es ganz klar zu sagen, wir reißen uns nicht darum, künftig in unseren Apotheken Cannabis zu verkaufen. Im Fall einer Legalisierung sind wir aber davon überzeugt, dass es nur die Apotheker sein können, die ein Höchstmaß an Sicherheit für die Konsumenten gewährleisten. Ja, also nur die Apotheker können das überhaupt machen, ja. Alle anderen sind überhaupt nicht geeignet dafür. Und dann wird noch gefragt vom Reporter, ob es denn Bedingungen gibt, damit sie die Cannabisabgabe tatsächlich übernehmen, die Apotheker. Und da sagt die Chefin vom Verband, die Altersgrenze ist uns extrem wichtig. An Menschen unter 18 Jahre darf kein Cannabis verkauft werden. Gerade bei Heranwachsenden sind die möglichen gesundheitlichen Folgen nicht zu unterschätzen. Ja, nur sind Apotheken halt völlig ungeeignet, um den Jugendschutz einzuhalten. Ja, in Cannabis-Fachgeschäfte gehören keine Jugendlichen und Kinder rein in Apotheken, dürfen die aber rein. Ja, die Apotheker werden ja wohl kaum irgendwie Kinder und Jugendliche ausschließen wollen. Und die sollen sich dann ständig da die Beratungsgespräche anhören über die Drogenwirkung von Cannabis und welche Sorte welche Wirkung hat. Ja, ist vollkommen absurd und die weist sogar noch selbst drauf hin. Ja, und meint trotzdem, die Apotheken wären super geeignet. Und dann fragt der Reporter auch die offensichtliche Frage, ja, ihre Forderung in allen Ehren. Aber wird die Apothekerschaft nicht schon deshalb zugreifen, weil Geld lockt? Die Antwort, wir gehen nicht von hohen Umsätzen oder Gewinnen aus. Die wirtschaftliche Situation der Betriebe ändert sich dadurch nicht. Ja, sagt die Chefin vom Apothekerverband. Die machen halt also aus reiner Menschenliebe und für den Schutz der Volksgesundheit und so. Opfern die sich jetzt quasi den Vertrieb dazu übernehmen. Und die Belastung der zusätzlichen Arbeit, ja, verdienen wollen sie nichts dran. Aber gut, nach Professor Haukapp, nach der letzten Studie geht es da um einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Grob geschätzt, ja, kann mehr sein, kann weniger sein. Aber das ist so mittlere Schätzung, 2,5 Milliarden Euro zusätzlicher Umsatz für deutsche Apotheken. Aber klar, nee, merken die gar nicht in der Kasse. Ja, die machen sich nur Sorgen um die Leute. Wisst ihr Bescheid? Ja, die wollen das haben. Die Apotheker setzen jetzt alles dran, ihre Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen und versuchen es halt mal. Kann man ihnen ja nicht verdenken, dass sie versuchen, den Kuchen komplett abzukriegen. Wie sie es schon bei Cannabis als Medizin haben, monopolisiert quasi, wollen sie jetzt alles haben. Ich glaube nicht, dass das kommt, allein schon wegen der Jugendschutzsache. Ja, das ist für mich ein absolutes Killer-Argument. Das geht gar nicht. Für mich ist das nicht durchsetzbar. Kommen wir noch zu einem kleinen, schönen Thema, ganz kurz angerissen. Es gibt ein Urteil vom Sozialgericht in Frankfurt zu einem Patienten in Hanau, der ADHS hat und der Cannabis als Medizin nutzt und erfolgreich nutzt und von der Ärztin verschrieben bekommen hat. Aber die Krankenkasse will nicht zahlen. Das ist ja das grundsätzliche Problem, dass die Kassen eigentlich grundsätzlich am ehesten noch bei Schmerzen die Kosten übernehmen. Aber bei allen anderen Sachen sagen, ja, nö, haben wir nicht genug Studien, ist keine schwerwiegende Erkrankung und zahlen wir nicht. Und da gibt es jede Menge Verfahren vor den Sozialgerichten, deswegen die Patienten müssen sich reihenweise einklagen da. Und gerade ADHS-Patienten haben es schwer, weil die oft nicht so richtig ernst genommen werden und am ehesten auch noch man denen unterstellt, dass sie ja nur irgendwie ihren normalen Konsum legalisieren wollen oder so. Ja, im Gegensatz zu 65-jährigen Schmerzpatienten und da gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer. Dieses Urteil hat gesagt, es ist eine schwerwiegende Erkrankung, jedenfalls im vorliegenden Fall und die Krankenkasse darf es nicht ablehnen und muss halt jetzt bezahlen. Ein positiver Aspekt für ADHSler, die diese Probleme mit der Krankenkasse haben, können sich auf dieses Urteil berufen oder selber nochmal weiterklagen. Ja, es könnte klappen. Und damit bin ich bei den Terminen und in Koblenz, da macht unsere Ortsgruppe einen Infostand am Samstag, 13. November. In Oldenburg trifft sich die Gruppe Sonntag, 14. November. In Regensburg ebenso Sonntag, 14. November. Rhein-Neckar trifft sich Dienstag, 16. November. In Berlin gibt es ein Treffen der Ortsgruppe online. Mittwoch, 17. Jetzt spannender Termin, oder zumindest mal was anderes als Ortsgruppentermine in Stuttgart. Die Junge Union hat mich eingeladen, da nochmal zu einer Podiumsdiskussion. Habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt hier, da war aber noch nicht klar, wann und wo und wer gegen mich antritt. Ja, und ich habe das Vergnügen jetzt tatsächlich gegen den Innenminister von Baden-Württemberg anzutreten. Also den Chef-Drogenverfolger, ja, den Obervors der Polizei, Thomas Strobl, CDU, Innenminister Baden-Württemberg, im Podium gegen Georg Wurt bei der Jungen Union in Stuttgart. Das ist mal wirklich ein spannender Termin, da habe ich Spaß dran, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt interessant und ihr seid alle eingeladen. Ich hoffe, die Location ist groß genug, die die Junge Union sich da überlegt hat. Weitere Infos wie immer in der Videobeschreibung und bei uns auf der Seite unter Nachrichten Termine. Da findet ihr dann auch den Ort genau, ebenso wie für alle anderen Termine. Womit wir wieder bei den Ortsgruppen wären, Oldenburg macht ein Herbstfest, Samstag, 20. November. In Freilassing trifft sich eine Gruppe, die gemeinsam zur Kultivar in Wien reisen möchte, organisiert von unserer Ortsgruppe in Chiemgau. Oder Chiemgau, ja, ich glaube, das war auch nochmal so ein Thema letztens, irgendwie, dass ich das falsch gesagt habe. Werde ich bestimmt immer wieder machen, ja, also das ist wie bei Chemie und Chemie. In Oldenburg trifft sich die Gruppe nochmal, Sonntag, 21. November, diesmal zum Orga-Treffen, ja, da organisieren die irgendwas. Und nochmal Rhein-Neckar-Online-Treffen der Ortsgruppe, Dienstag, 23. November und das war's. Jetzt hoffe ich aber, dass ich wirklich beim nächsten Mal euch endlich sagen kann, was los ist. Vielleicht auch nicht, ja, keine Ahnung. Wer weiß, worüber wir dann weiter spekulieren müssen, ja, irgendwas müssen wir ja machen hier. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen großem Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.